Moin zusammen, ich bin jetzt hier in Techte bei dem Community-Treffen von den Electric Devils. Ich habe hier gezeltet, schon die zweite Nacht und ich habe gerade mal wieder versucht, nach drei Monaten, vier Monaten fast, mich wieder aufs Rad zu setzen. Es funktioniert und ich werde gleich wieder mal eine Tour machen und dabei ist auch Harry unter anderem. Wir machen eine kleine Runde nach Techte, vier Kilometer, dann Warendorf. Mal schauen, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich denke mal, es werden so 20, 30 Kilometer. Ja, dann mal los. Jo, filmen während der Fahrt geht auch wieder. Super, jetzt sind wir doch. Sieben Leute, glaube ich. Das ist der Harry. Das ist tatsächlich eine schöne Ecke von Deutschland hier. Zumindest das, was ich vom Auto aus gesehen habe, als ich hier vorgestern angekommen bin. Ja, jetzt sind wir in der Innenstadt von Techte. Ja, wir wollen gerade einkaufen und fahren jetzt weiter nach Warendorf. Nachdem wir durch den beschaulichen Ort Techte gefahren sind, folgen wir bis Warendorf konsequent, aber unbewusst dem Emsradweg. Man muss das einmal realisieren. Wir haben jetzt den 16. September und noch 25 Grad. Dass ich dies Jahr noch mal eine Tour mache, hätte ich ja auch nie gedacht. Ja, zumindest eine kleine. Immerhin. Obwohl mein Orthopäde mir bereits vor vier Wochen wörtlich keine Einschränkungen bescheinigt hatte, habe ich mich nach dem Bruch des Handgelenks vor, ja, schon vier Monate her nicht wieder aufs Rad getraut. Hände schüttelnd zwingen mich immer noch in die Knie. Aber vor ein paar Tagen habe ich im Supermarkt mit einem Einkaufswagen mein Radfahren simuliert und bin der Meinung, es ist wieder soweit, mich aufs Rad zu wagen. Ja, ich habe noch Wasser. Ja, hier fährt man von einem Ort in den anderen. Als würde es sicher dem einen oder anderen auch aufgefallen sein, dass ich meinen alten Helm hier mit dieser Sturzstelle aufgesetzt habe. Ja, ich kam noch nicht dazu, mir einen neuen zu kaufen. Sollte man ja nach einem Sturz machen oder bis nach fünf Jahren, sollte man den Helm wechseln. Ich habe ihn 2020 gekauft, also drei Jahre. Naja, hätte noch ein bisschen gehalten, aber der wird ausgetauscht. Hier lässt sich nicht ausschalten, ne? Ja, absolut. Hier ist ganz schön was los. Ja, ich glaube, wir sind hier auf dem Emsradweg. So, wir haben hier einen kleinen Aussichtsturm entdeckt und den werde ich jetzt besteigen. Ich glaube, so viel Kondition habe ich noch. Harry ist auch hochgekommen. Schöner Ort, wenn nicht alles da unten so zugemüllt wäre. Oh ja, stimmt. Wo es schön ist, da muss Müll liegen bleiben. Keine Ahnung warum, aber ist so. Das ist unsere Truppe. Immer schön den Handlauf benutzen. Sonst wird aus dem Schreiten ein Purzeln mehr. Jetzt fahren wir doch endlich mal an der Ems entlang. Vor zwei Tagen war der Pegel hier von der Ems schätzungsweise so zwei Meter höher. Vor ein paar Tagen hat sie richtig Unwetter auch gegeben. Mit Starkregen. Da ist inzwischen alles abgeflossen. Ich sprach ja gerade davon, dass das Wasser wieder abgeflossen ist. Aber hier war der Radweg doch gesperrt wegen Hochwasser. Da hat es wohl einiges abgespült, weggespült. Und wir müssen jetzt etwas anders fahren. Jetzt sind wir in Wabendorf angekommen. Hier machen wir eine kleine Pause an dem wunderschönen Marktplatz. Was habe ich gesagt? Parkplatz. Echt? Jetzt sitzen wir hier an dem wunderschönen Marktplatz, nicht Parkplatz. Und machen eine kleine Pause. Trinken Bierchen und essen mit Pizza. Kannst du mal aufhören zu tippen bitte und ich um das Wesentliche kümmern? Ja. Gar nicht. Ja dann Prost. Prost. Wer ist denn heute alles mit dabei? Ich bin die Marcin aus Heidelberg. Ich bin der Markus aus Rücklinghausen. Ich bin der Michael aus Hamm. Ich bin der Harry aus Duisburg. Und ich bin der Stefan aus Münster. Sag mal Harry, gab es keine Currywurst? Nein. Was Gesundes. Sehr gut. Bei mir gibt es eine Pizza. Zwei Stunden später. So. Irgendwie. Ja, umdrehen. Inzwischen sind wir wieder auf Tour und haben jetzt, ja, ein Bier jeder getrunken. Saßen da zwei Stunden. Ja, es waren da doch mehr. Jedenfalls haben wir noch elf Kilometer bis zum Campingplatz. Und es ist immer noch richtig schön warm. Ja, mit meinem Handgelenk klappt es ganz gut, erstaunlicherweise ganz gut. Klar, ich habe etwas Schmerzen noch. Und mit dem Hochschalten, mit dem Daumen, ist es etwas schwierig, dann nehme ich einfach die andere Hand. Aber es ist wieder so klasse, auf dem Rad zu sitzen. Richtig klasse. Im Prinzip fahren wir die gleiche Strecke wieder zurück. Zum S-Bis-Technik. So, ich habe hier eine super Route geplant, die geht hier kurz durch den Wald durch. Aber das ist alles überhaupt kein Problem. Alles easy. Super easy. Weil hier ist nämlich das Gewässer namens Ems. Ja, wo sind die anderen drei? Man weiß es nicht so genau. Hier ist Licht im Wald. Kommt wieder einer. Wo ist der Durchgang? Hier. Ja, super. So. Ja, hier direkt mit Ems. Das ist sehr naturnah, der Weg hier. Da haben wir die Ems direkt. Jetzt kommen wir praktisch durch das Hintertürchen auf unseren Campingplatz. So, Harry meint den muss man mal gefahren haben hier. Jetzt sind wir aber am Plätzchen. Da sitzen die ganzen Menschen untätig rum. Oh mein Gott. Alles vor meiner Hütte hier. Ja, war eine nette kleine Tour. Jetzt müssen wir es noch mal gemütlich machen. Bei den Electric Devils. Morgen geht es dann wieder zurück nach Hamburg. Allerdings mit dem Auto. Ich danke euch fürs Zuschauen. und bis zum nächsten Mal. Herr Matthias.